Tizian war Hofmaler im Venedig des 16. Jahrhunderts. Doch auch er hat die kostbare Leinwand offenbar übermalt, wenn erste Entwürfe nicht gefielen. Auch unter dem Gemäldemädchen mit Fruchtschale entdecken Experten übermalte Bilder. Eine Röntgenaufnahme zeigt zum Beispiel, wenn man das Bild dreht, den Umriss einer scheinbar stehenden Figur. Dies wurde zunächst als Porträt eines Mannes gedeutet, möglicherweise ein Würdenträger. Um noch tiefer zu blicken, arbeiten Kunsthistoriker von der Gemäldegalerie mit dem HZB zusammen. Denn Neutronen durchdringen die Farbschichten, ohne das Bild zu beschädigen. Die Gemäldeforscher haben mit dem B8 in der Neutronenhalle ein eigenes Versuchsinstrument. Dort regen sie mit der Neutronen-Autoradiographie die Atome in den Pigmenten zum Strahlen an. Denn wenn die Neutronen auf Atome in den Farbpigmenten treffen, werden einige Atome dadurch radioaktiv. Bestimmte Elemente zerfallen sehr rasch, andere dagegen sehr viel langsamer. An diesem Fingerabdruck erkennen die Forscher genau, welche Elemente in den Farbpigmenten enthalten sind. Im Anschluss an die Bestrahlung legen die Forscher spezielle Filme auf das Bild, die die Strahlung aufnehmen. Jeder Film bleibt eine gewisse Zeit liegen und wird dann entfernt. Der erste Film wird durch die schnell zerfallenen Elemente geschwärzt. Die nächsten Filme nehmen die mittleren und die letzten Filme die langsam zerfallenen Elemente auf. Die Untersuchung kann mehrere Tage dauern. So entstehen mehrere Aufnahmen, die zusammen ein Bild ergeben, das die Experten sorgfältig analysieren. In diesem Bild hat die Autoradiographie zwei große Überraschungen ans Licht gebracht. Anstelle des stehenden Mannes erscheinen Arm und Ellenbogen einer sitzenden Dame. Ein Kleidungsstück bedeckt, dabei Arm und Stuhlbein. Zum Vergleich haben die Kunsthistoriker das Titian-Gemälde der Herzogin von Urbino eingeblendet. Die Dame unter dem Mädchen mit Fruchtschale könnte eine ganz ähnliche Position auf ihrem Stuhl eingenommen haben. Das Bild wurde also völlig übermalt, aber ganz anders als vermutet. Was auf der Röntgenaufnahme noch wie eine stehende männliche Figur aussah, erweist sich nun als sitzende Dame. Die zweite Überraschung, die Analyse der Strahlung zeigte auch, dass Titian für das goldbestickte Kleid des Mädchens schon 1555 Neapelgelb verwendet hat. Dabei wird diese Farbe erst ab 1702 in der Literatur erwähnt, also fast 150 Jahre später. Dies belegt eindrucksvoll, wie weit die mächtige Handelsmacht Venedig damals schon international vernetzt war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017